Yo Leute, was geht? Schön, dass ihr da seid und willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal mit mir, eure Mighty-Freunde. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Gestern Abend haben wir mal wieder auf Twitch gestreamt. War ein richtig chilliger und cooler Stream gewesen. Also vielen Dank an alle, die dabei waren. Wir werden jetzt auch öfters auf Twitch streamen. Zweimal die Woche habe ich mir so vorgenommen, Lodi. Nee, das wird auf jeden Fall reingenommen. Und gestern haben wir auch das übelste Shiny bekommen. Ja, es war richtig, richtig cool. Nach sieben Stunden endlich mal wieder ein Glücksgefühl gehabt. Und ihr gönnt euch das Video auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid. supportet das Video mit einem Daumen nach oben, kommentiert etwas. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, jetzt aber. Ich deine Max hier mich. Dunkelspuk. Auf Giratina. Auf geht es. So, ein Hit noch, ne? Jetzt haben wir es aber geschafft. Jetzt haben wir es aber geschafft. Ja. Hallo Palto, wie geht's dir? Diebeskuss. Jawoll. Jawoll, Leute. Habt ihr gut gemacht. Leute, habt ihr gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Ich bin very, very proud. Ich bin very, very proud. So, Pantimos. Kein Shiny. Toheido. Kein Shiny. Mantax. Kein Shiny. Giratina. Auch kein Shiny. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich sage dir, es ist Glutex so get's shiny. Ach, Shadow. Sag sowas nicht. Ich will das nicht haben. Ich habe ihn doch schon. Hundertfach. Muramura. Alles klar, Wolf. Ich danke dir. So, Steigerungshieb. Ich mache mich groß, Leute. Ja, das ist echt so Shadow, ja. Weißt du, das ist wie Alpollo gerade, ne. Alpollo, den willst du einfach nicht als Shiny haben. Alter, ich habe so viele Nebulak Shinies, ne. Ich habe so viele Gengar als Shinies. Den willst du nicht. Den willst du einfach nicht. Wenn das kommen würde, ne. Alter, dann würde ich, Alter, dann würde ich komplett, glaube ich, durchdrehen. Dann würde ich komplett durchdrehen. Echt. So, auf geht die wilde Fahrt. Golgantis lädt sich auf. Pferdestärke geht durch. Macht ganz schön Auge, das Muramura, ne. Geht, geht, geht. Glock. Ciao. So, ciao. Steinhagel. Oh, 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 oh. Kann Golgantis sich nicht mehr konzentrieren? Hey, Tiara, wie geht es dir? Dick da, war schön mit dir, hau rein Mach es gut, mach es besser Dick da Dick da Dick da Dick da Dick da Digi, digi, dick da Komm, one hit, let's go, power punch Danke Jawoll, haben wir Lief doch ganz gut Ich dachte schon, du hasst mich jetzt, Tiara Wegen Teamchat Ich dachte schon, du hasst mich jetzt Herrlich Muga, Muga Ja 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 Let's go Da bist du doch Mann Nach siebeneinhalb Stunden Let's go Let's go Mann Da bist du doch Ja Ja Mann Mura Mura Ja, Mann Let's go Nimm mal Glutexo Nee Ja Let's go Mega 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 Erstmal abspeichern Erstmal Erstmal Speichern Erstmal Abspeichern Ja Erstmal Abspeichern Nice 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 Ah, geil Mega, oder? Geil, oder? Let's go Yes 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 Zu spät zum Klippen Och, Leute Habt ihr aber geschlafen, wa? Habt ihr aber geschlafen, wa, Leute? Egal, nicht schlimm Lernen wir noch Lernen wir noch, Leute Lernen wir noch Wenn wir öfters auf Twitch streamen Alter, dann erst den Legi Shiny im Stream, Alter Let's go Oh, Mann Ich wusste, dass Twitch mir Glück bringt Ich wusste, dass Twitch heute, ähm Gönnt Nice, oder? Komm, mach ein bisschen Schaden mit dem Dreifachachselschweiß Komm Komm, jetzt noch einmal drauf Komm, einmal drauf noch Jawohl Jetzt nochmal einen Schaden machen Und jetzt, jetzt den Dünerbrand drauf Und jetzt den dicken, fetten Dünerbrand drauf Dann könnte es das gewesen sein Das muss es gewesen sein Ja Let's go Let's go Let's go Let's go Guck mal, selbst wenn er getroffen wird Hat er sogar noch geflext Habt ihr gesehen? Selbst wenn er getroffen wurde Musst er erstmal nochmal den Bizeps machen, ne? Es ist nie auf Twitch einfacher Als auf YouTube zu streamen Und seine Follower zu bekommen Ist das so einfach, Digi? Ich glaube, hätte ich keine Ankündigung gemacht Dann hätten wir heute keine über 100 Zuschauer gehabt Kurzfristig Hätte ich keine Ankündigung gemacht Glaube ich nicht Naja Das Problem ist aber auch, man muss eine Linie reinbringen Weißt du, man muss Man darf nicht nur einmal So weiß ich, ich stream einmal Und mache jetzt wieder auf drei Monate nichts Und wundere mich Dass der ganze Braten nichts bringt Weißt du, wie ich meine? Deswegen Einfach hübsch, oder? Nicht? Einfach hübsch Guckt Guckt ihr euch an Einfach hübsch Es freut sich auch richtig Es freut sich auch richtig Einfach wunderhübsch Einfach wunderhübsch Muss man so sagen, wie das ist Ja Muss man so sagen, wie das Sehr, sehr hübsches Mura Mura Ich liebe dich Kann ich eigentlich unter dir drunter? Ne, ne? Ne, schade Das wäre cool, wenn man da drunter gehen könnte Das wäre cool, oder?